Wir schenken uns nichts, aber wir haben uns grundsätzlich nichts geschenkt. Aber dann ist es trinken, weil kein? Nee, da kann man nicht verstraft werden, weil man sich nichts schenkt. Das ist mein Job, teilweise. Aber erotisch ist es, also wenn man keine Gefühle hat, ist es nicht erotisch. Wenn du keine Gefühle hast, war das nicht erotisch, musst du nicht trinken. Ja, was ist Ungeziefer? Ameisen sind kein Ungeziefer. Ameisen sind kein Ungeziefer und Spinnen auch nicht. Das macht Spaß. Zum Wohl, dass ich mit dir mal was trinke, hätte ich auch nicht gedacht. Cheers. Cheers.